Okay. Wie immer. Wie immer. So, hier liegt was auf dem Boden. Amy Baldwin. Gott hat sie so sehr gesehen. Sieben Jahre waren nicht lang genug. Voll daneben. So. Jetzt werden wir die Dachterrasse finden. Wir sind nämlich schon ganz in der Nähe. Jupp. Hier steht, keep out of 19 Menschen. Was auf deutsch heißt, bleibt weg von der Sputwelle. Okay. Spukwilder. Hm, das fragt euch, wieso? Das spukt es doch gar nicht. Na gut, bis auf das da komisch aussehende Monster drinnen, passt schon. Und jetzt sind wir nämlich beim guten alten... ...Blue Creek Apartment. Habt ihr den Namen vergessen. Und geilerweise gibt's hier dieselbe Mucke, die auch sonst immer, ähm, also in dem normalen Szenario hier ist. Hier schnell die weiße Flüssigkeit mitnehmen. Also das Sperma. Ähm, wir könnten theoretisch noch in einige Räume gehen und uns umgucken. Wir lassen's uns aber einfach mal. Ihr Grön, der interessiert sich für uns gar nicht. Aber wisst ihr was? Nur mal, um Spaß zu haben. Haha. Oh, jetzt ist die Musik auch leider weg. Okay, naja. Wir gehen mal wieder zurück, weil mehr müssen wir hier nicht machen. So, und jetzt können wir ja mal, weil wir jetzt ja mal einen Moment Zeit haben, glaub ich. Hier sind ja jetzt keine Monster mehr, glaub ich. Untersuch ich mal dieses Fläschchen mit weißer Flüssigkeit. Nee, kann man gar nicht. Ein kleiner Waschchen mit einer unbekannten weißen Flüssigkeit, aber auf dem Etikett steht, ich weise dich zurück. Sieht so aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Ich weise dich zurück. Okay, wer eine Theorie hat, wofür das stehen könnte, schreibt es bitte in die Comments, mich interessiert. So. Gehen wir wieder zurück zu dem Ernest und hier ist ein Monster irgendwo. Und geben dem Ernest die weiße Flüssigkeit. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dann ist das Unter-Szenario schon zu Ende. Ich habe ja gesagt, das ist kurz. Aber danach kommt noch ein bisschen was. Ein Cut-Ziehen. Und das ist auf jeden Fall, äh, wert sich anzuschauen. Also dafür das und das Szenario zu spielen, lohnt sich eigentlich. Dann erfährt man auch mal ein bisschen was. Und bei Maria ist doch auch ganz schön. So. Speichern braucht man ja eigentlich nie, weil, ja. Ist nicht wirklich so groß alles. Gut. Dann hören wir uns mal an, was der Ernest jetzt zu sagen hat. Thank you, Maria. That's the only item I couldn't get myself. By the time I found out about it, I could no longer leave this house. So long. Yes, but we'll... Maria, the gods are here. You know it, too. You were born in this town. I'm not sure God is the right word. Do you believe in fate? Not really. That's fine, then. Ernest, can I open this? This is a dead end. There's nothing beyond here. I know. So, what if I had said I believed in fate? That James. He's a bad man. James. He... He... He is. I know. He's looking for the you that isn't you. Because he's kind? Do you... Do you... Know something? Yes. Maria. You're... Anyway. That's just what you think. You don't really know anything. That's fine. that's fine. Okay. Yeah. Let's go. Okay. wie ich schon sagte ernest ist wirklich ein geist oder wie er auch sagte hinter dieser tür gibt es nicht schon komisch oder ein geist der versuchen wir seine tote tochter durch die götter von silent hill im prinzip wieder zum leben erwecken zu lassen naja aber maria ist ja genauso entstanden maria wurde aus dem wunsch geboren sowie das szenario heißt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt wisst ihr auch, warum Maria keine Waffe hat am Anfang? Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? My name is Maria. Ja, das war das Szenario. Somit habt ihr alles von Silent Hill 2 gesehen, was man sehen kann. Ich lasse mal die Credits durchlaufen und werde ab jetzt meine Klappe halten und sage dann nochmal Danke, dass ihr euch den Silent Hill 2 Walkthrough angeguckt habt und den immer gut bewertet habt. Und ja, dann sieht man sich in so einer bis anderthalb Wochen beim Silent Hill 3 Walkthrough wieder. Bis dahin, macht's gut! Und ja, dann sieht man sich in so einer bis anderthalb Wochen beim Silent Hill 3 Walkthrough wieder. Tschüss!